Ganz ehrlich, als Valentina mitzocken wollte, dachte ich mir so, puh. Ich bin Valentina, 23 und ich habe euren Traum gelebt. Champions League. Eigentlich habe ich Fußballspielen auf der Straße gelernt. In den Hinterhöfen, in den Käfigen. Dort lernst du in allen Zweikämpfen, was es heißt, sich durchzusetzen. Es kommt nicht darauf an, wer du bist oder wo du herkommst, sondern einfach darauf, was du ablieferst. Alles, was ich heute bin, habe ich dem Fußball zu verdanken. Naja, Vereinsfußball ist für mich Taktik, Training, bestimmte Abläufe. Aber die Base? Die Base bedeutet Freiheit, Action, eins gegen eins. Die Base ist für mich Straßenfußball. First Never Follows? Das bedeutet für mich, dass du nur deinen eigenen Weg gehst. Ja, ich hab diesen Ort, wo du bist, Eisassier Baut.